freunde was gedacht willkommen zurück zu einem neuen video natürlich nicht freunde kein bock auf wo sondern wir spielen halt wir spielen modern warfare 2009 zu sprechen über das kommende cd und schon mal rein was hier so abgeht also wie gesagt letzter dings letzte lobby es müsste worsen sein letzter trupp 167 tage keine ahnung diga also ich habe hier seit fast 200 nicht mehr angepackt so viel schon mal vorweg und wir gehen rein lassen bewerten da gerne auch ein kostenloses abo da lassen wie gesagt ich bin schutt oder schipp egal schütten ist angesagt auf wo bin ich hier gibt es ja noch mal hier reinkommen das miss spiel ach gott das ist gerade viel zu schnell für meinen retten augen hier gottes will hallo wenn du das laut ist ich habe keine ahnung ich bin wieder da oh ja saftig freunde wir spielen die beste map in modern warfare und zwar shoot aus wir gehen auch hier sehr sehr clean mp5 mit damaskus grüß gott moin moin guck guck warte so kennt man shoot aus wie er da hockt diga was ist mit euch ein bisschen strahl ich sehe dich oh mein gott diga ich es ist so krank wie die hier rumhocken und sich in der mode spielen dann habe ich so ein wenn sie ein kuchen sitzt da noch er hat einfach die ecke gewechselt diga oh man pkm vlk visier wir spielen ja hardcore ich bin rust eine sehr sehr geile map hat auch echt laune gemacht die map in modern warfare zu spielen auch ganz viele leute müssen wir missbrauchen mit dem campen wir packen jetzt mal die m4 a1 ein ich habe so das beste stumgewehr mit der grau die man im damaligen multiplayer zocken konnte ok ich brauche ein kill ohr war das wichtig der jetzt war so close roadie sport sind gerade ganz ganz verwirrend hier da haben wir den wie toll schönes ding schönes ding schönes ding hauen wir direkt raus direkt schön über die mitte so muss das laufe nein du musst es nicht laufen auch mann also rast macht schon echt laune alter holy shit der flasht mich auf mein gott was ein dummes muck kind alter wollte natürlich mit euch noch ein bisschen über modern warfare 2022 spricht mit weiß über mw 2022 mw 2022 meine fressen diga so viele zwei hier in dem namen ich sag mal so es muss zwei jahre lange halten das spiel das ist schon mal ein fakt das spiel muss zwei jahre lang support bekommen das erste cod überhaupt was ja zwei jahre halten muss und ist das erste cod auch was ja nächstes jahr kein cod bekommt war das auch recht recht richtig weiß es gar nicht digga hey leute willkommen zu einem neuen cod video ja ich werde geflasht im spawn naja schild ich bin sie ganz so nein digga war ich werde hier nur von familienväter geknallt weil sie die ganze zeit was macht die seite besoffen oder so jawohl digga jawohl digga hat er mich jetzt gesnipen dann wäre ja was los alter dann wäre ja was los da jetzt aber hier nur knall gegeben also mal kurz und festhalten mw zwei bauch eine höhere time to kill abgeschwächtes oder gar kein sbm bessere maps und dann läuft der lachs ganz einfach so muss das spiel dann aufgebaut sein auch mal ein paar mehr maps also die shoot aus ungefähr in der richtung und drei wege system am besten aber wir haben video schon her lol let's go digga okay digga springen wir beide mein gesicht guck mal ob die sd spielen will was ist denn los mit euch was machen die alle hier alles ab holische das war ein reflex jetzt machen die aber ganze komische dinge hier kommt ja noch eine alter digga du ernst nicht nein aber wie toll wie viele kids machen mit der was für ihr vielleicht mit der mit dem wie toll ja 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 wir verstehen uns wie toll also kann es richtig laune machen das spiel ohne scheiß ich hab ich ihn noch geholt habe ich bin grad so auf ne unfassbar hohen spiel glaube ich ich bin grad schwarz vorgen der war glaube ich auch 20er street oder so der wmw so ne we talk bestes spiel es ist Untertitelung des ZDF, 2020